Die Saugroboter von Dreamy dominieren seit Monaten die Bestseller-Rankings bei Amazon. Doch was macht diese Modelle im Speziellen so besonders im Vergleich zur Konkurrenz und welches der drei beliebtesten Modelle ist am besten für dich und deine Ansprüche geeignet? Diesen Fragen werden wir uns heute in diesem Video widmen. Wir schauen uns die drei besten Dreamy Saugroboter aus drei unterschiedlichen Preis- und Leistungsklassen an, so dass du ein passendes Modell für dich und deine Ansprüche finden kannst. Über die Links in der Videobeschreibung haben wir auch unter dem Video alle Modelle verlinkt, so dass du dich dann anschließend noch selbst zu den einzelnen Dreamy Saugrobotern informieren und deinen Favoriten sofort bestellen kannst. Zuerst wollen wir uns den Dreamy L10S Pro Ultra anschauen. Der L10S Pro Ultra ist unser persönlicher Preis-Leistungssieger von Dreamy. Der hochentwickelte Saugroboter kombiniert sowohl Saug- als auch Wischfunktionen. Bei der Saugkraft verfügt er über beeindruckende 7000 Pascal, was ihm zu einem der leistungsstärksten Modelle auf dem Markt macht. Diese Saugkraft ermöglicht es dem Roboter selbst, tiefsitzenden Schmutz aus Teppichen und auch Ecken zu entfernen. Bei der Wischfunktion verfügt er über sich extrem schnell rotierende Wischmobs, welche durch die Mob-Extend-Technologie auch automatisch verlängert werden können, um speziell in Ecken und Kanten zu wischen. Zudem ist er mit der LiDAR-basierten Navigation mit künstlicher Intelligenz und 3D-Strukturlicht ausgestattet. Dadurch kann er sich effektiv auch durch komplexe Umgebungen navigieren. Diese Technologie erkennt Hindernisse wie Möbel und Kabel und verhindert auch Kollisionen mit sich bewegenden Objekten, was eine gründliche und vor allem auch sichere Reinigung gewährleistet. Zu einem der Hauptmerkmalen des L10S Pro gehört auch die effektive Heißwasserreinigung der Wischmobs in der Aufladestation. In dieser kann der Saugroboter nicht nur wieder aufgeladen und der Staubbehälter des Geräts entleert werden, sondern es lassen sich auch die Mopeds durch das Heißwasser reinigen und auch Heißluft trocknen. Diese Funktion minimiert den manuellen Wartungsaufwand und sorgt dafür, dass die Wischmobs stets sauber und bereit für den nächsten Betrieb sind, was die insgesamte Reinigungsleistung des Geräts verbessert. Auszeichnen tut sich dieses Modell vor allem durch die Kombination aus starker Reinigungsleistung, sowohl was die Saugkraft als auch Wischfunktion angeht, und die supergute Navigation. Natürlich besitzt das Modell auch eine umfangreiche und sehr übersichtliche App-Steuerung, eine sehr starke Akkulaufzeit und starke Auflade- und Wartungsstation. Vor allem ist es hier aber wirklich die Reinigungskraft und Navigation, die das Modell so beliebt bei den Kunden macht und auch dafür gesorgt hat, dass sie in sämtlichen Testmagazinen und Berichten herausragend abgeschnitten hat. Wie gesagt, auch unser absoluter Favorit aus Preis-Leistungssicht. Und über den ersten Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch genauer zum Dreamy L10S Pro informieren. Oder bleib gerne noch dran, um die nächsten Modelle kennenzulernen aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse, möchten wir dir als nächstes direkt den Dreamy L20 Ultra Complete vorstellen. Der L20 Ultra gehört zu den Flaggschiff-Modellen des Herstellers. Er kombiniert eine starke Saugkraft, intelligente Navigation und fortschrittliche Reinigungsfunktionen. Und obwohl das Modell bei der Saugkraft und der Wischfunktion mit dem L10S Pro auf einer Stufe steht, geht der L20 Ultra vor allem bei der Selbstreinigung und Wartung noch einmal eine Stufe weiter. Neben den Funktionen, die auch der L10S Pro dabei hat, besitzt der L20 Ultra eine automatische Nachfüllung von Wasser und Reinigungsmittel sowie zusätzliche Selbstreinigungsmechanismen, die ihn noch wartungsärmer und ideal für vielbeschäftigte Haushalte machen. Auch ist der L20 Ultra mit einer höheren Akkulaufzeit ausgestattet. Statt 220 Minuten kann dieser nun bis zu 330 Minuten arbeiten, fast 50% mehr Laufzeit, was ihn auch für größere Haushalte geeignet macht. Das Modell ist bei der Benutzung im Geräuschpegel aber etwas lauter als der L10S Pro und eignet sich insgesamt für Nutzer, die das Beste in Sachen Leistung, Intelligenz und vor allem Selbstwartung suchen. Er ist außerdem mit einer wesentlich größeren Akkulaufzeit ausgestattet und wenn man eine maximale Leistung, intelligente Navigation und wartungsarme Bedienung sucht, ist der Dreamy L20 Ultra die klar bessere Wahl im Vergleich zum L10S Pro. Zudem ist das Modell aufgrund einer aktuellen Rabattaktion von Dreamy sogar günstiger als der L10S Pro. Damit übertrifft er die Preis-Leistungs-Vorstellungen des zuerst vorgestellten Modells zum aktuellen Zeitpunkt. Ob dieser Rabatt noch erhältlich ist zu dem Zeitpunkt, wo du das Video schaust, kannst du nur selbst mal überprüfen. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung haben wir den L20 Ultra für dich verlinkt. Ein Modell, welches sowohl den L10S als auch den L20 Ultra in den Schatten stellt, ist der Dreamy X40 Ultra Complete. Das absolute Flaggschiff-Modell des Herstellers Dreamy. Dieses Modell ist besonders für Haushalte konzipiert, die sowohl eine gründliche Saugleistung als auch ein effizientes Wischen in einem Gerät suchen. Der X40 Ultra bietet eine Saugkraft von 12.000 Pascal, die mit Abstand beste Saugkraft im Vergleich. Zudem ist er mit Dual-Rotations-Mobs ausgestattet, die auch über die Mob-Extender-Funktion verfügen, wodurch das Modell super in Ecken und Enden rankommen kann. Bei der Navigation und Intelligenz setzt das Modell auf eine Dual-Laser-Navigation mit AI, RGB und LED-Technologie, welche Hindernisse extrem präzise erkennen kann. Nicht nur dienen diese Sensoren aber zur Hinderniserkennung, sondern können auch Staub und Schmutz noch besser erkennen. Mit dem fortschrittlichen Farb- und Schmutz-Erkennungssystem können ganz unterschiedliche Arten von Verschmutzungen erkannt und dann optimal entfernt werden. Angefangen von Staub bis hin zu verschütteten Flüssigkeiten kann das Modell alles automatisch erkennen und dann die entsprechende Reinigungsfunktion aktivieren. Auch überzeugt das Modell durch die mit Abstand beste Reinigungs- und Wartungsstation. Sowohl eine Entleerung, Wiederbefüllung als auch Aufladung sowie eine automatische Mob-Reinigung mit Heißwasser bei 70 Grad und Heißlufttrocknung sind hier dabei. Zudem ist es die einzige Station, die auch an einen Wasseranschluss angeschlossen werden kann, womit die Wartung bis aufs Absolute minimiert wird. Deshalb heißt das Modell auch der X40 Ultra Complete, weil das Modell wirklich komplett ist und an alles mögliche gedacht hat. Zudem kann er durch die beste Teppich- und Läuferreinigung überzeugen. Er saugt Teppiche und Läufer stets zweimal und zwar ganz sanft bei geringer Geschwindigkeit, was für eine besonders schonende und gründliche Reinigung dieser sorgt. Eine Vielzahl von Funktionen machen den Dreamy X40 Ultra derzeit zum fortschrittlichsten Saugroboter auf dem Markt. Er baut auf den Stärken des L20 Ultras auf und verbessert diese weiter. Er hat eine verbesserte Kantenreinigung, ausfahrbare Wischpads, eine kompakte Bauweise und eine Station, die zudem mit Heißwasser, Selbstreinigung und einer neuen Reinigung des Stationsbodens überzeugt. Die abhebbare Seitenbürste ist eine nette Ergänzung und auch bei der Hinderniserkennung ist der X40 Ultra derzeit das beste Modell auf dem Markt. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst du dich jetzt nun zum X40 Ultra von Dreamy informieren und dieses Premium-Modell bei Interesse dort auch direkt bestellen.